Ich musste das nur mit dem Namen erst noch klären. Okay, Entschuldigung, das war jetzt gerade gar nichts. Moment. Ich hab's gerade selber rausgebracht, weil ich so verliebt bin in diese ganzen. Wir schaffen das. Du meinst wahrscheinlich die Bildung zum 1.05? Genau. Ich bräuchte die Gummibärchen. Der Felix merkt schon, wenn ich zum Ende komme. Guck mal, so gut eingespielt sind wir. Dankeschön. Dankeschön.